Hallo und herzlich willkommen in der Kinderbetreuung. Da kommen auch schon Ben und Emma zur Tür herein. Gut gemacht, Ben. Hoppla, Gesundheit, Emma. Oh, und hier kommen Mia und Emil. Sagt mal, Paul und Leon, habt ihr euch die Hände gewaschen? Prima, Paul. So soll es sein. Seht mal, alle anderen sind ja schon auf dem Spielplatz. Toll, Lea. Immer etwas Abstand zu den anderen halten. Super. Danke, so macht ihr es richtig. Oh je, hier ist aber wenig Platz. Hey ihr, wartet doch mal. Oh nein, so ist das nicht gut. Stopp, das kannst du doch besser, oder? Also, alles auf Anfang und dann nochmal, aber richtig. Hallo und herzlich willkommen zurück in der Kinderbetreuung. Krankheitserreger, also Viren und Bakterien, können sich durch die Luft verbreiten. Hustet und niest deshalb bitte immer in eure Ellenbogenbeuge und dreht euch dabei weg. Diese Erreger befinden sich auch auf Oberflächen und gehen bei Berührung auf die Hände über. Wascht eure Hände darum immer gründlich, wenn ihr auf der Toilette wart oder Gegenstände angefasst habt, die auch andere häufig berühren. Fast nicht euch oder euren Freunden ins Gesicht und haltet immer etwas Abstand zueinander. Denn auch beim Anfassen und Sprechen können fiese Erreger übertragen werden. Viren und Bakterien können uns krank machen, manche davon sogar richtig schwer krank. Wenn wir alle daran denken und zusammen aufpassen, können wir sie aber besiegen und vor allem alle gesund bleiben. Das ist alles nicht so einfach, aber du schaffst das. Gemeinsam können wir die Ausbreitung von Viren und Bakterien verhindern. Und jetzt viel Spaß und habt einen schönen Tag.